In letzter Zeit sehr oft in den Medien. Leider Gottes kann man sich nicht forschen, dass es in diesem Jahrhundert noch notwendig ist, dass man so etwas besprechen muss. Das stimmt ja. Also ich frage mich das auch, warum das noch notwendig ist. Aber wir sehen es, es ist leider noch so. Aber deswegen gibt es ja auch Events wie diese, Events wie heute diese Pressekonferenz oder diesen Wal, der in Simmering in einer Location stattfindet, die vorher noch nicht so queer war. Wir kennen natürlich das Rathaus und andere Locations, die natürlich sehr viele Events schon gehostet haben. Aber es ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass wir einfach zeigen, dass wir auch keinem was antun, dass wir einfach da sind und dass wir eigentlich für ein Miteinander sind und nicht uns gegenseitig ausschließen. Wobei das ja eine Kunstform ist, was ich so verstanden habe. Mir wurde das erklärt, es ist eine Kunstform und hat nicht zwingend mit einer sexuellen Orientierung zu tun. Prinzipiell ist Drag, hat nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun. Drag ist eine Kunstform. Drag gibt es schon sehr lange. Drag kommt sogar eigentlich von Shakespeare, Dressed as a Girl. Das heißt, das hat schon wirklich den Ursprung von damals, von Theater, wo einfach Männer, also Männer in Frauenrollen dargestellt wurden. Und es gibt unterschiedliche sexuelle Orientierungen, die Drag machen. Drag ist eine, im Prinzip, man spielt mit den Geschlechterrollen, mit den Geschlechterrollen, die uns die Gesellschaft vorgibt. Irgendwie Kleider dürfen nur von Frauen getragen werden, etc. Was einfach natürlich eher bei Drag aufgebrochen werden kann, um zu zeigen, es ist komplett egal, ob man Make-up hat oder ein Kleid trägt. Im Endeffekt zählt der Mensch darunter und auch nicht das Geschlecht, sondern wirklich das Innere vom Menschen. Wunderbar. Und ich glaube, es ist auch ganz interessant, wenn Kinder mit dem Thema auch in Berührung kommen. Weil ich weiß es selbst, es gibt Kinder, die sich der Mame ihre Schuhe anziehen, der Mame ihr Kleid einmal ausprobieren. Und das hat auch in dem Alter nichts mit sexuellen Orientierung zu tun. Nein, natürlich. Also Kinder sind experimentieren. Wir wissen das, wir waren selber Kinder, wir haben selber gerne experimentiert. Ich habe auch die Ausbildung zur Sexualpädagogik. Von dem her ist es auch ganz wichtig, einfach den Kindern offen zu lassen, Kinder zu sein. Und wenn sie mich sehen, dann meistens kommentieren sie die Farben und die Buntheit, aber die sexuelle Orientierung ist denen egal. Von dem her, die denken auch gar nicht so weit. Aber es ist auf alle Fälle wichtig, ihnen zu zeigen, dass man Künstler ist, dass man künstlerisch bunt sein kann. Und dass man, wenn man vielleicht als Außenseiter, Außenseiterin dasteht oder glaubt man, man ist Außenseiterin, dass man da auch Mut fasst. Und vielleicht in einer Kunstform wie Drag oder im Malen. Und im Endeffekt hat beides ja mit Malen zu tun. Weil mir hat es geholfen, zu mir selber zu stehen und vielleicht hilft es dann auch einer anderen Person. Also meine Kinder waren von mir begeistert. Die durften sich schon kennenlernen und fanden das natürlich super. Ich finde auch, dass es eine ganz tolle Sache ist und ich finde auch nichts dabei. Gerade ich finde es gut, wenn man Kindern vorliest. Ja, der Clown, der ist akzeptiert. Genau, also Vorlesen ist ja auch pädagogisch wertvoll. Und wir haben, es gibt Konzerte für Kinder, es gibt Opern für Kinder, es gibt so vieles für Kinder. Warum soll es nicht auch eine Lesung geben für Kinder? Und wer im Endeffekt dann vorliest. Denn die Kinder wollen einfach, dass vorgelesen wird. Wer da vorne sitzt, ist dann meistens nebensächlich. Und die Bücher, aus denen ich vorlese, haben natürlich auch einen Ansatz, wo eben Personen oder Charaktere sind, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Die aber im Laufe der Geschichte natürlich zu sich finden und wieder inkludiert werden in die Gesellschaft. Und vor allem sind es auch österreichische Bücher und nicht die klassischen Prinz-Prinzessin-Bücher, die wir alle kennen. Weil es einfach nicht mehr darum geht, ob die Prinzessin so quasi den Prinzen findet und umgekehrt, sondern einfach um zu sich selber zu stehen. Ja, den Menschen einfach rauszulassen und das hat nichts mit einer Geschlechterrolle zu tun. Genau.